servus leute herzlich willkommen zu einem neuen raritäten video ja heute im test von veco die knallkörper 40er hier noch mit corsair cover von hinten auch sieht alles sehr alt aus so befindet man heutzutage auch neuen produkten überhaupt nicht mehr ja ich bin gespannt ob die noch was können und freue mich sehr jetzt mit euch zu testen auch eine rarität hier schön noch mit grauer lunte also echt wahnsinn leute wie laut die kleinen teile sind wir machen wir noch eine deswegen sollte man immer genug abstand halten noch eine letzte also echt leute eine wahnsinnste realität wie laut diese teile sind so geil einfach super so